So, meine Lieben, schauen wir mal, was uns die Vorarlberg-Milch da gebraucht hat. Bitte, Nahaufnahme. Oha! Oha! Was ist das, George? Das ist eine Schokolade-Milch. Oh, bravo! Ich sehe es immer, er ist nicht blind. Weiter? Ja, natürlich. Das ist ein Liter Milch, oder? Auch richtig. Und zwar Vollmilch, also die wunderbare, die gute. Und Joghurt und Züge. Der Regisseur kriegt natürlich auch ein bisschen damit... Ja, natürlich. Die gute Sache für den George, die gesunde Sache für uns, oder? Genau, genau. Das macht's für den Regisseur schwierig. Der Regisseur ist der Chef, wenn der Regisseur sieht, alle stehen und liegen lassen auf die Bühne, die müssen wir raussehen, das ist keine Frage. Na gut, okay. Du machst dir keine Freunde, aber... Ja, ist blöd für dich, aber... Vielleicht essen wir einfach alle Sachen, und dann blieben wir Freunde. Was hast du gesehen, was willst du? Homne vielleicht. Homne? Ja, Homne. Das sieht man wieder, das ist der Gemeinschaftsgeist mancher Schauspieler in dieser Produktion. Ich möchte an dieser Stelle bitte darauf hinweisen, dass die meiste Milch letzte Woche auf meinem Probe draufgegangen ist für eure Cappuccinos. Das stimmt. Okay, das stimmt. Schau, wie gefallen Ihnen die Proben bisher? Hervorragend. Was ist Ihr Lieblingssatz im ganzen Stück? Kunst. Du Werber. Vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen. Ja, Regisseur, der Regisseur darf jetzt keinen Fehler machen, aber welcher Satz wäre jetzt dein Lieblingssatz? Mein Lieblingssatz? Das ist jetzt brutal. Das ist zu Befall gespielt. Aber der Regisseur kennt das Stück, oder? Welches Stück spielen wir da nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Also gut, ihr darf noch ein bisschen nachdenken. Ich darf noch ein bisschen nachdenken. Herr Linz? Ja? Lieblingssatz? Da sind so viele Lieblingssätze drin, ich weiß gar nicht, was wir sie sagen sollen. Ein Griesler vor dem Herrn will ich gerne. Ja, es ist. Einen, keinen. Okay, du darfst schon noch ein bisschen nachdenken. Okay, gut. Ich weiß, dass mein Lieblingssatz ist natürlich Magst du noch ein Schlüssel, Müsli? Ich? Nein, mir ist noch keiner eingefallen. Keiner. Aber ich bin ja fest am Nachdenken. Also gut, Schauspieler, keinen Lieblingssatz. Jetzt weiß es. Alles schon da drin, Alter. Nein. Gut. Das war mein Satz. Na, schau den. Ratzfatz, Matthäus. Scheiße. Mann. Ratzfatz, Matthäus. Ratzfatz, Matthäus, sehr gern. Ratzfatz. Ja, die Vorarlberg-Milch hat uns gerade wunderbare Sachen vorbeigebracht. Schauen wir mal her. Milchprodukte. Ganz viele Sachen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir fahren das da. Aber das da. Der Regisseur sieht, wir dürfen jetzt noch nichts essen und trinken. Wir müssen auf der Bühne stehen wie ein Klötz. Das ist so. Ein Stückchen Käse. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020